Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem zweiten Let's Play Oh fuck, zu diesem zweiten Let's Play Loadout, ihr habt es schon erkannt Ja, das ist wirklich, das ist jetzt kein Witz gewesen von vorhin Ja, ich habe das gerade einfach nacheinander Ich habe das wirklich jetzt gerade erst zum zweiten Mal auch gespielt Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh, ich habe jetzt ganz vergessen hier, ich war jetzt voll im Zielmodus drin, ich habe es voll vergessen, dass ich nur gerade eine Aufnahme mache Ja, ähm Aber alter, beim ersten Mal, Junge Was geht da ab, meine Freunde Ich war ja mal so übel gut, ich war zweiter Ich spiele das Spiel zum ersten Mal Das geht nicht, meine lieben Freunde, das geht einfach nicht Was ich schon weiß, dass das ein Beamer ist und das Beamer für kleine, kleine Hosen scheißer ist Und zwar für die Jungs, die Für die, ja das sind ja schon wieder kleine Mädchen halt Die trauen sich ja nicht mal hier an richtige Maschinengewehre ran oder so Nee, die müssen halt so einen scheiß Beamer Der von allein das Ziel findet So, zwei Kills, zwei Shots, bam Deine Mutter riecht nach Mutti, deine Mutter riecht nach Mutti Und deine Mama, die riecht ganz stark nach Pipi Mit ein bisschen Mutti So Alter, ich dachte zuvor und ich habe immer noch meine Waffe gehabt Und auf einmal schieße ich so eine Scheiße Ich bräuchte mal so eine ganz, ganz schöne Box Mama Äh, die mir mal Leben gibt Die wäre mal irgendwie so ein kleines bisschen hilfreich Ah Hi, Lego Mutti Mama Marias Ne, ich bin mein cooler Sound Rifle Ach, die Wichser haben C eingenommen Ha, 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 je Mit seiner Waffe Auch mal geil Nein, 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 ich brenne, ich brenne, ich brenne Alter Mutti, Mutti, geh ganz schnell weg Mutti Ich hab dich nicht mehr lieb Hohohoho, alter, hat er mir den Kopf weggeballer, die kleine Schlampe Sooo, ähm, ja Da seh ich doch gleich schon mal Na Kriegst du Angst Hallöchen Wer kriegt denn da eigentlich Schaden gerade? So, Leute, ich hab, ich hab Ernst, hab immer noch keinen richtigen Plan Wie man So zwischendurch nachlädt und wie man Granaten wirft Das hat mir Angst gemacht Alter Habt ihr das gesehen? Meine Fresse Mama Gib mir Munition Ach hier, R Genau, alter Ich drück die ganze Zeit Ich dachte, ich drück die ganze Zeit Ja, jetzt, also ich wisch schon mal, wie ich nachlade Und zwar mit R Ich drück nämlich die ganze Zeit Q Und ich dachte, ich drück R 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 Ey, ich bin immer noch gleich am verkacken Control Point A Lost Das ist so übel am abscheißen Oh, Mama, ich hab's gewusst, alter Scheißen, Dreck Scheißen, Dreck Junge, aber das, ey, das Spiel macht so Bock Ey, das kann ich nur jedem empfehlen Jeden, der dieses geile, verdammte Video anguckt Nein Ja, Mann, du kleiner Schwule Kanacke, Alter Der wird mich sowas von klein machen Ich will den noch holen Ihr dummen Schweine Oh, Mama Ja, ich bin nicht mehr tot Aber wir haben verloren Ach So Ich bin so offen Ne, bin ich das Achja, guck mal an Oh, ich bin Ne Äh, ich Mama Oh, oh, komm, ey, alter, guck 8 zu 5, Junge Ich hab das zum zweiten Das ist die zweite Runde, dass ich das Spiel spiele Mama Ja, Level 1 hier Ja, gut 7000 XP Nicht schlecht Ja, ich bin jetzt gerade schon voll im Spiel drin Also, es müssen sogar die Röpse raus So, mal gucken eigentlich noch Wir haben ja noch ein kleines bisschen Zeit Also, das habe ich ja vorhin schon gesehen Hier gibt es ja noch diese drei Da kann man sich schon einen Saver entstellen Hier Load Slot 1 Hunt Grenade Achso, hier sind die Achso Ach, hier die Waffen Ah So Weapon Crafting Weapon Crafting Das ist doch Waffen Okay, gut, das muss ich mir nochmal irgendwann angucken Aber lol Weapon Crafting Okay Ja, gut, das ist geil Waffen Waffen zusammenbauen Ja, gut, das schaue ich mir nochmal an Richtig Ich glaube, das mache ich auch beim nächsten Mal Ähm Ja, und dann würde ich mal sagen Äh, war es das auch schon wieder von mir Äh, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen Also, mir macht das so richtig viel Bock Das Spiel Also, Shooter halt Und Ja, wie gesagt Wie schon im letzten Part Äh, in der letzten Folge Ich sage, dass wir Ich und Weiß auch mal Ähm Warface Äh, let's playen Moment, hier habe ich nämlich noch Den Download Ich Hab's mir vorhin richtig geupdatet Und alles Ja Ja, und ich hoffe, ihr bleibt bei uns dran Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare und Abonnare Ja, ähm Auch, ob ihr uns Also, dass ihr uns Vorschläge gibt Was wir alles let's playen könnten Für Shooter oder Simulator Ähm Ihr könnt ja mal im Internet gucken Nach dem Spiel Ähm Unturned Ähm Das werde ich wahrscheinlich auch mal let's playen Weil das ist richtig geil auch Ähm Ja, und dann würde ich mal sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal Pfff Pfff